Hallo Leute, wie geht's? Es geht weiter. Nein, das wollte ich nicht, aber ich wollte, warte, wo war das denn? Schlüssel. Verdammt, okay, das legen wir da rein, das legen wir hier, das legen wir hier rein. Dankeschön, der wird die Seite, ja ich weiß, dankeschön. Ähm, warte, wir bauen ja dieses komische Zeichen, um diese Tür bei unserem Master aufzumachen. Hm, Monster, Humanoid, das sind Menschen oder was? Okay, ich vergifte ihn. Ist er jetzt vergiftet? Nein, schade, 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 schade. Ich geb ihm das noch etwas. Und jetzt gehen wir wieder zum Objekte, Schlüssel und nimm die hier raus und dann ist es ein Lichtkleiner Schlüssel, ja. Nimm, 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 okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Das haben wir jetzt auch erledigt, das ist gut. Das will er nicht untersuchen. Und wo kommt das Bett und warum scheint die Sonne da draußen? Ich dachte, es ist nachts. Hm. Das Spiel will mich hochnehmen, okay. Okay, okay. Oder ist es jetzt wieder, hm. Okay. Mir gibt's wohl nichts. Da geh ich mal hier runter und spring mal runter wie Suizid-Gefährdeter. Okay, geschafft. Ich gehe jetzt zu meinem Master und öffne mal. Warte. Hä? Achso, ich kann auch die Geildtier erkunden. Super. Nö, 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 nö. Okay, jetzt öffne ich mal. Warte, wo ist das denn? Hier, was brauchen wir hier? Inhalt, Objekte, Schlüssel, japp. Ähm, okay. Fehlgeschlagen. Träume zerstört? Egal. Egal, wenigstens habe ich das versucht. Nö, 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 nö. Warte, wo ging's noch? Warte, wir sollten ja zum Friedhof auch noch gehen. Geh mal ganz schnell. da kommt gerade da du kommst gerade richtig wir haben gerade dabei das turnier der entscheidung für anfänger zu öffnen möchte sagen daneben da dafür gibt es nur zwei voraussetzungen es muss ein erstes mal sein und du musst ein aufrechter bürger von rohan sein ich denke du fühlst die voraussetzung und willst du aus einmal versuchen ja ja die arena gibt sie auch noch und dann müssen zufrieden auf richtig so lass uns anfangen nachts meine damen und herren das turnier der entscheidung für anfänger wird jetzt beginnen nun will ich unsere teilnehmer vorstellen wer wird unser zukunft der gestempel sein georg okay eine alte oma so viel schalala ich werde nicht verlieren rex aus der stadt heute werde ich dich nicht schonen wir haben einen überraschungsgast die liebe großmutter helden großmutter helden ist bei uns ich habe euch in der stadt gesehen und dachte ich probiere es mal schließlich auch unser stadt aus unser stadt auch aus der stadt roxas seien alle bereit beginnt die heim himmlische abrechnung so So, so. Verdammt! Okay, okay, okay. Himmlische Abrechnung. So. So. Verdammte Scheiße! Okay, ich kann das noch gewinnen. Ich kann das noch gewinnen, okay. Ich muss einfach weitermachen. So. Ey, willst du mich hier verarschen? Spielsatz. Hab ich verloren? Verdammt! Verdammt! Ich hab verloren. Meine Güte, Roxa, du hast leider verloren. Oh. Du warst besser, als ich dachte. Willst du noch mal versuchen? Ja, ich will's nochmal. Wunderbar, mir wird die Himmlische Abrechnung beginnen. Okay, wir können es öfter versuchen, okay. Ey, das ist doch ein... Komm, mach. So. So. Okay. So. Hä? Ich hab's doch grad gemacht. Du willst mich hier verarschen, oder was? Okay, komm, nochmal. Ähm, Spielsatz und wer hat gewonnen? Die Sofo, oder was? Ja, fick die, aber ich will gewinnen. Boah, leck mich. Ja, ich bin traurig. Oho. Nochmal. Ich geb nicht auf. Ich mach weiter, bis ich das gewinne, verdammt nochmal. Ich will das noch verdammt nochmal gewinnen. So. 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 Ja. Warte, Helen hat das gemacht. Verdammt. Verdammte... Ah, fick dich ins Knie. Okay. Ähm. Okay, ein Punkt für mich. Super, super, super. Komm, das kann ich noch gewinnen. Ey, sag jetzt nicht, die Helen gewinnt jetzt. Das wäre echt beschissen. So. 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 Ey, Helen hat gewonnen? Nein, ich kann auch gewinnen. Okay, okay, okay. So. So. Verdammt. Okay, okay, okay. Ich kann auch gewinnen. So. 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 Verdammt. Verdammt. Spielsatz. Verdammt. Ja, I did it. Fick dich ins Knie. Boah, fick dich ins Knie. Ja, ich weiß. Ja, ich bin traurig. Jetzt noch einmal versuchen, dann höre ich auf. Wartet mal. Okay, es geht weiter. Okay, komm. Ich muss das jetzt gewinnen. Ich weiß nie, wann es zu mir kommt. Oh, fick dich ins Knie, Wax. Ich hasse dieses Spiel schon jetzt. Ja, ich habe keinen Punkt. Okay, okay, okay. Ich kann noch gewinnen. Wenn ich jetzt mich gut anstelle. Ey, das. Ich fick dich, Sofa. So. 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 Okay, alle haben einen Punkt. Schön. Epischer Kampf. So. So. Jetzt komm. Ey, das ist jetzt ein Scherz, oder? Okay, zwei Punkte. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ich muss jetzt leise sein. Gewonnen. Gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Verdammt, Mann. I did it. Ja, gut gemacht, Roxas. Ganz gut. Ganz, ganz gut. Gewonnen. 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 Ich habe gewonnen. Okay. Meine Güte und gewonnen hat Roxas. Mirbel Lohnheit, ich freue mich über deine Fortschritte. Jetzt zu deinem Preis. Metallisieren halten für Anweisend Fühler. Was? Anweisend Fühler? Ähm, okay. Roxas, du warst besser als erwartet. Ich kann es nicht fassen, dass du solche Fertigkeiten hast. Äh? Eine weitere Runde Applaus für den Sieger von Roxas. Von den Sieg von Roxas. Yeah! Von wo kommt die Menge? Und damit unser behäutiger Wettkampf beendet. Bis zum nächsten Mal. Du hast jetzt eine... Du kannst jetzt andere Charité zu einem Duell der Entscheidung ausfordern. Ähm, schön. Schön, schön, schön. Ich kann das jetzt machen. Super. Warte, wenn ich da hingehe, komme ich zum Dach. Wo geht es da lang, wo ich... Wenn ich hingehe? Achso, dann... Achso, da ist ja dieser pädophile... Macker da. Stimmt ja, da gab es ja diesen komischen Macker. Ich will jetzt auf dem Friedhof. Da ist ja irgendwas Skurriles ja los. Skurriles. Ah, versteckt mich jetzt, okay. Warte, wer ist zum Teil, was ist das denn? Hä? Achso, das ist der komische Bruder von der Frau da. Was war auf dem Friedhof? Hm, ein Mysteri... Was? Hä? Wieso kommt jetzt mein Status? Das ist immer noch nicht genug. Was? Das ist der Marktpreis? Ich zahle keine Münzen mehr. Den Preis bestimme ich. Oder willst du aufgeben? Dafür, dass deine gestohlene Ware ist, bist du ganz schön gierig, alter Knabe. Gut, ich bezahle. Hey, hey, bin froh, dass du Verständnis hast. Du hast gerade einen guten Kauf gemacht. Vor 300 Jahren hat das der König von einem Königreich im Osten geerbt. Dieses Schwert ist von Ela herkommt, hm? Wer ist da? Ach, du bist es. Wie läuft es denn so? Du, hast du... Hast du das gerade alles gehört? Ja, ich habe alles gehört. Hahaha, ich meine, das ist ein redlichstes Geschäft. Also, ich sollte jetzt nach Hause. Oh, noch eine Sache. Du kannst es hier haben. Aber dafür sollst du besser keine Seele von davon erzählen. Bis nachher dann. Ich sehe dich später in Geschäft. Mistische Juwelen erhalten. Hm, okay. Hm, ach, du meinung geht dir. Das Kindchen ist immer in Eile. Wie du sehen kannst, verkauf ich alles Grumpel aus dem Schloss. Aber dieses Schloss gehört mir. Es ist also nicht einfach ein Verbrechen. So ist es wenigstens von Nutzen. Gah, ho, ho, ho. Ähm, ja. Ist klar. Warte, hab ich denn eigentlich analysiert? Nein, hab ich noch nicht. Anscheinend Vagabund. Warte, kann ich eigentlich hier raus? Kann ich eigentlich hier raus? Warte, wo zum Teufel bin ich eigentlich? Achso, ich bin im Schloss. Hä? Wie zum Teufel bin ich jetzt im Schloss reingekommen? Hä, wie zum Teufel bin ich jetzt im Schloss reingekommen? Egal. Egal. Ähm. Ich glaube, ich bin hier irgendwie verkehrt. Ähm. Okay. Okay, 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 okay. Ich geh jetzt wieder mal raus. Und vergiss einfach alles, was ich gerade gesehen habe. Weil ich glaube, ich bin jetzt etwas zu früh hier. Ich geh jetzt mal runter und... Geh einfach mal weiter und ich vergiss alles, was ich gesehen habe. Ähm. Fick dich, Fledermaus. Ach, es ist nicht dieser beschissene Weg, die er... Warte, war der obere der richtige Weg oder der untere? Keine Ahnung mehr. Ich glaube, der obere war es. Okay, so, durch. Ich muss sowieso gleich einen Cut machen. Oh nein, ich höre Puschel. Puschel Action. Okay, raus mit mir. Raus. Dankeschön. Eigentlich aus dem Friedhof raus hier. Jetzt haben wir alles bekommen. Oder erst müssen wir... Warte, wo müssen wir jetzt noch hin? Ach, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.